Yo, hi Leute, hier sind wieder Knecke und Domme oder Carlo und Domme, wie auch immer, von Beector Games und wir machen jetzt weiter mit Herr der Ringe. Wir haben beim letzten Mal hier den Troll zum Beispiel, der da liegt, aufgehalten. Allerdings auf der anderen Seite, der ist auch diesmal keine Säule. Erinnerst du dich an die Säule noch? Ja, der war doch eine Säule beim letzten Mal hier, der war doch irgendwie so eingefroren. Achso, ja genau. Weil wir mussten das nochmal kurz replayen, also nachspielen, weil der Safe nicht ganz genau da war, wo wir ihn haben wollten. Naja, scheiß drauf. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier und gehen mal hier durch die Tür. Oh ja, das Schöne war, ca. 10-15 Sekunden nach der Aufnahme ist Carlos Internet abgekackt. Ja, das war vorgestern oder wann haben wir aufgenommen? Vorgestern? Ne, vor drei Tagen oder so. Boah, wie alter, wie schnell die Zeit vorbeigeht, ne? Ferien halt, ne? Ja, das ist echt unnormal. Aber auch in der Schulzeit. Weißt du, das Krasse ist ja zum Beispiel, ich hab mir eben das Gronkh-Video angeguckt, wo er bei Let's Rutsche in 2013 anguckt oder so. Werbung, Werbung, Werbung. Ja, ist doch scheißegal, jeder kennt Gronkh. So, auf jeden Fall, ähm, dann musste ich so echt so drüber nachdenken, dass so 2004, ne? Das hab ich ja noch miterlebt, daran erinnere ich mich sogar noch ein bisschen das Jahr. Und dann hat der Zuschauer, die sind jetzt zwölf, die sind also 2000, die waren damals vier Jahre alt. Alter, wie schnell die Zeit vorbeigeht, oder? Mh, ich find das einfach unnormal. Alter. Wenn ich Pech habe, kann ich das gleich nicht anziehen. Wann hab ich keine Waffe mehr? Oha, ich hab ne richtig geile Rüstung gefunden. Mh. Rüstung aus den blauen Bergen, oder so heißt der, ja. Ist ja geil. Ich bräuchte noch ne bessere Waffe vielleicht. Was hab ich im Moment? Auf jeden Fall nix besonderes. Lalalala, ne 42 bis 76 Damage. Oha, breitags aus den blauen Bergen gefunden. Alter, ich find hier super geile Sachen. Mh. So, jetzt bin ich auch besser ausgerüstet. Jo. Ich schau mal, wie viel Rüstung hast du? Moment. So, mal gucken. 198 bisher. Ich hab 167 nur. Ah, ich muss noch Punkte verteilen, fällt mir grad auf. Ich weiß gar nicht worauf. Ich weiß auch nicht. Ich mach mal Geschicklichkeit und ein bisschen Ausdauer, damit ich das auch... auch mal ein bisschen. Ja. Das ist einfach zu lange her, dass wir das gemacht haben, war. Jo. Was aber denn hier bei Aktien Junge? Ah, hier ist ne Truhe. Okay. Ja, ja, die hab ich schon gefunden. Ähm. Oha, erhöht den Schaden, den du mit Zweihandwaffen... Nahkampfwaffen vorgesehen. Ja, das ist gut. Bestätig. Dann guck ich auch mal in den Shop rein. Ja, ich schau auch noch mal ganz gut. Ich weiß, Leute, das nervt grad vielleicht ein bisschen. Ist mir egal. Das ist okay. Wir müssen einfach mal kurz nachschauen. Die hab ich schon. Das gibt's nicht. Hier ist ne Armbrust, 137 bis 173 Schaden. Joa, finde ich vielleicht noch so. Es lohnt sich jetzt nicht übertrieben. Warte mal, hat hier die... Achso, ich glaub, die ist nicht so... Ach, ich hab ich schon so ein Schulterstück. Weiß, wir spielen jetzt einfach weiter, das geht schon klar. Ich hab ne neue Axt jetzt auch mal, die auch ein bisschen schöner ist als wie die alte. Okay, ich würd' sagen, wir machen jetzt einfach mal. Bleib bei uns, ja. We should stay together. Gott. Woher kenn ich das? Aus Saraza vielleicht. Keine Ahnung. In Dead... Äh, Dead Island, so. Nicht Dead Space, ich wollte schon Dead Space sagen. Äh, Dead Island. Achso, ja. We should stay together. Meine Fresse, ey. Mugambe, wa? Ja, 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 ja. Hey, das sieht voll nice aus, irgendwie, deine Rüstung. Geht. Ich finde das irgendwie voll nice. Herr Zug, was ist da draußen los? Jetzt am besten einmal hallen und rufen und drinken. Nicht viele, aber sie haben den Arter befreit. Jetzt wird unsere Anwesenheit hier entdeckt werden. Ist das der beste Bruch, der Sie in der Lage seid? Juhu. Sie müssen große Krieger sein. Elben mit Blut an ihren Händen. Oder welche von diesen dreckigen Tagen. Ist mir egal. Findet sie und tötet sie. Ruft eure Wachen. Lasst sie nicht entkommen. Wir sind, also so ein großer Krieger bin ich jetzt nicht. Ich bin, glaube ich, 1,50 in dem Spiel. Ruft meine Wache und zwar schnell. Nicht mal. Ja, und du bist nicht mal ein Mann. Du bist also kein Krieger. Ja, ich bin Kriegerin. Ja, aber der hat Krieger gesagt. Oh. Und, äh, der Weibläufer ist ein Assassine. Mit der Mütze. Es sah erst so aus, als wäre ich da allein drin. Ja, ne? Echt mal. Wartet, wir helfen euch. Nein, wir dürfen Agandar keine Gelegenheit geben zu entkommen. Weiter. Hätte, wäre das Rot, dann könnte man dich Rotkäppchen nennen. Ach, du Scheiße. Das wäre geil. Oh, Scheiße. Weißt du noch, der war so schwer. Ja. Ich glaube, wir werden so richtig verpacken noch. Wow. Leck mich doch. Na ja, geht eigentlich bisher. Wow. Alter. Nein. Ich bin noch Fan, kommst du Arsch. Verzieh dich bloß. Ich sagte, verzieh dich. Was verstehst du daran nicht? Alter, das hängt echt gut an hier. Na, den ging aber schon down, glaube ich. Damals hatte ich voll viele Probleme dabei. Ja, hab ich noch gesehen. War ich bei dir. Das war so schlimm. Loll. Der hat mich K.O. gehauen. Willst du mich verarschen? Ich wollte gerade meine Spezialfähigkeit aktivieren. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich bin weg. Oh, shit. Ich brauche Leben. Alter. Alter. Ja, ich lauf schon. Ja, du willst jetzt natürlich den letzten Schlag machen, ne? Nichts da. Ich habe irgendwie ein gutes Rüstungsstück, glaube ich, bekommen. Wow, wow, wow. Ich habe einen A noch rausgestellt bekommen. Oh, der scheiß Wildläufer ist fast tot. Aber ich kann dem gerade schlecht helfen. Level 9, gut. Alter. Ich stirb ein dreckiger Mongo. Alter Schwede. Jetzt sterb doch mal. Was war das denn? Was macht der da? Hängt er mit dem Fuß im Boden fest? Keine Ahnung. So, wieso? Warte, ich muss erstmal gucken, ob ich für Rüstung gekommen habe. Ebenfalls. Ähm. Mal schauen. Das hier. Ja, schon besser. Ein Schild, wow. Hui. Nee, Schilder sind scheiße. Ah, da hinten liegt noch ein bisschen Crample. Crample. Crample die Dample. Alter. Ja, ist ja gut. Man darf auch ein bisschen spinnen. Aber Crample die Dample. Oh, Gott. Hört sich an wie von Ned Flanders. Wie war das? Boah, komm, du musst es wissen, sag mal. Was sagt der immer? Sag der der Oiski-Poiski? Nee, das war was anderes. Das war dann so die Kinderserie. Ich hab grad Didgeridoo im Kopf. Nee, was hat der denn immer noch gesagt? Ach, keine Ahnung. Diddldi-Daddldi oder so. Ja, irgendwie sowas. Na ja, was soll's? Moment, warte. Geh da weg. Dir trau ich nicht. Was denn? Ich muss noch einsammeln. Ich hab alles jedenfalls aufgesammelt. Ja, du. Ja, du brauchst ja nix. Halt dein Maul. Kann ich eigentlich damit machen? Ich glaub nicht. Nö. Triffst ja nicht mal. Ich hab aber den Waldler vorang geschossen gerade. Moment, ich muss mal kurz Skills machen. Hier. Hab ich da noch was? Nö, ich bin ja noch. Was ist das hier eigentlich? Was hat das eigentlich für eine... Oh, nee, da. So. Ah. Und jetzt nur die Fertigkeiten kurz. Halter 1, um deinen Distanzangriff mehr Kraft zu geben, indem du mehrere Ladungen auf andere abfeuerst. Aber beeil dich. Die Zuschauer wollen jetzt nicht nur uns hier so... Ja. Mit dem Inventar und so, ne? Lol, ich hab keine Heiltränke mehr. Krass. Steigert die Dauer von Zuflucht. Das ist doch mal was. So. Ey, ich bin der Grimmie-Gergrimm-Bär. Weißt du noch, wie man blockt? Mit Q, oder? Ne, mit... Ah, so kann ich meine Verteidigung erhöhen. Wussten noch, weißt du noch, wie ich über 100.000 Verteidigung hatte? Ach ja. Haha, das ist das wie du... Ah, jetzt mal wo, jetzt kommt ein Cutting-Scene. Du kotzt da immer da drin. Ja, diesmal du. Muss ja auch mal sein, aber jetzt nicht gerade. Alter, wie groß der Typ ist einfach mal. Ihr hättet aus Mittelerde fliehen sollen, als ihr noch die Gelegenheit dazu hattet, wie der Rest eurer feigen Art. Nichts treibt uns in die Flucht. Erst recht nicht du, Scherge Saurons. Ich bin Saurons rechte Hand. Ich werde euer kostbares Bruchtal brennen sehen. Und euer Vater, dieser Bastard, wird mir in Ketten zu Füßen liegen. Du machst gar nichts. Deine Pläne enden hier. Mein Werk hat gerade erst begonnen. Glaubt ihr, ihr zwei könntet mich alleine aufhalten? Sie sind nicht allein. Suche nicht nach deinen Wachen. Sie werden nicht kommen. Vor- und Ost ist bedeutungslos. Ihr habt hier gar nichts gewonnen. Oh, Bungee Jumping. Genau.